Die brennenden Skins sind in Once Human angekommen. Im Shop findet ihr den Reiter Schatztruhe oder könnt aber auch F2 drücken, geht dann auf Schatztruhe. Dann haben wir hier den Pyrokleider, aber es gibt dieses komplette Setup, also einmal das Motorrad, den Skin für den Spieler und einige Waffenskins. Wir gucken uns die auf jeden Fall gleich an. Wie ist das Ganze erhältlich? Ja, leider über Lootboxen im Endeffekt, die ihr euch kaufen könnt. Also aktuell ist es so, die ersten 10 Ziehungen kosten 80 pro Box und nach denen kostet es halt 160. Wenn wir mal ganz kurz gucken, ja, 1 Euro wären 60, kostet 80, also ein bisschen mehr als 1 Euro. Danach, sagen wir mal, wenn man das grob rechnet, kostet 1 Box 2,50 Euro nach der Rabattierung. Kann man ungefähr so rechnen, ihr bekommt 2 Boxen für 5 Euro. Klar, wenn ihr das hochrechnet, spart ihr ein bisschen, wenn ihr euch mehrere holt. Also da kann man auf jeden Fall, wenn man die sich holen möchte, auf jeden Fall ein bisschen Geld ausgeben. Man bekommt nämlich hier diese Währung Lichtstückbarren. Hier ist eine Sache drin, die mich ein bisschen irritiert, kann aber auch ein Übersetzungsfehler sein. Zum Öffnen von Lichtstückbeutekisten benötigt erhältst du in Events durch Einlösen oder in gekauften Kisten. Ich weiß nicht, ob die das allgemein als Event betrachten oder ob in Zukunft noch Events reinkommen, wo man diese erspielen kann. Weil das Ganze geht ja bis in den September rein. Läuft ja noch 26 Tage. Also meine Kamera ist da drüber. Aber ihr seht, das da steht noch 26 Tage. Vielleicht kommt auch nochmal ein Event, wo man die sich erspielen kann. Ich weiß es nicht. Also nur, dass ich es sagen möchte, weil es kann man halt aktuell schlecht sagen. So, hier ist es so aufgebaut. Ihr könnt jetzt hier Kisten ziehen. Und hier ist es so, dass ihr spätestens alle 30 Kisten ein Lichtstück-Sammelgegenstand erhaltet. Hier steht ja, ein Lichtstück-Sammelgegenstand ist in jeder Runde garantiert bis 30 Mal. Es werden keine Duplikate von Lichtstück-Sammelgegenständen gezogen. Alle Lichtstück-Sammelgegenstände ist innerhalb von 5 Runden garantiert. Du kannst bis zu 150 Mal Beute-Kisten. Das heißt, es gibt insgesamt, wir müssen uns das angucken. Ne, das ist der Rahmen. Upsa, hier. Es gibt insgesamt 5 Sachen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, ob das müsste eigentlich, das sind nicht, dass ihr seht. Ne, das müsste, das müsste alles, was hier steht, sein. So, 5, es sind auch 5 Stück. Das hier zählt ja nicht. So, es heißt, alle 30 Kisten solltet ihr spätestens eins dieser Gegenstände hier bekommen. Aber ihr könnt es auch früher bekommen. Eine Runde geht maximal 30 Runden. Das heißt, wenn ihr nach 5 Ziehungen schon, beispielsweise das Urfeuer bekommt, dann ist eine Runde so gesündig schon abgeschlossen. Dann startet die nächste Runde, wo ihr wieder bis 30 Kisten ziehen könnt. Ja, also so wird es aufgebaut. Und somit könnt ihr halt diesen Dismotorad-Skin bekommen. Ihr könnt den Schädelskin bekommen, das Urfeuer, der Urfeuerschwere-Waffe. Das hier ist so eine, damit kann man in der Base sich so Lichter aufstellen. Also erstmal hier generell, so sieht der Motorrad-Skin aus. Ja, dass man ihn so ein bisschen sieht. Der Spieler-Skin. Dann wird es auch nochmal hier, zack, so ein bisschen in Aktion. Ich meine, es sieht schon cool aus. Der Spieler-Skin ist auch nicht so verkehrt, muss ich sagen. Die Waffenskins, ja, wenn ich Feuerwaffen spiele, würde ich es auf jeden Fall benutzen. Finde ich cool. Also für Feuerwaffen auf jeden Fall. Der Rucksack, ja, hier. Einige kleine Anhänger noch, die man dazu packen kann. So, zack, die auch noch. Hier, da sieht die Anhänger. Und das hier ist halt so eine Art Beleuchtung. Aber das zeigen die gar nicht, oder? Damit kann man auf jeden Fall der Base ein bisschen Licht machen. Also so Beleuchtung nach oben, so Deckenlicht könnte man das betiteln. Ja, das zeigen die hier noch, aber sonst glaube ich gar nicht. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir ein bisschen was zu dem Set sind. Wir machen gleich noch ein paar Kisten auf. Ja, also eigentlich sieht man hier gar nicht so viel. Ich habe gedacht, man würde hier ein bisschen mehr sehen. Ja, wie gesagt, sonst hat man hier noch, man kann aber auch weitere Sachen ziehen. Also ihr könnt hier Revolver ziehen. Wie gesagt, den Rucksack ziehen. Den ziehen. Aber die zählen halt nicht als so ein Special-Item. Die bekommt ihr einfach so raus, ja. Oder, was ihr auch bekommen könnt, sind halt Dekos für eure Kisten. Ja, wo ich sagen muss, ich finde die ja eigentlich irgendwie ganz geil. Irgendwie, weiß ich nicht, gefällt die mir. Oder auch hier halt ein paar Skins, Aufkleber. Ihr könnt aber auch diese Währung hier ziehen. Diese hier, diese Bruchstücke. Hier, wo sieht man sie nochmal. Und wenn ihr hier zum Beispiel, könnt ihr auch die Sachen für ein Bruchstück direkt kaufen. Ihr könnt die Kisten hier für sechs Stück kaufen, so einmal kaufen. Hier kosten die neun. Und ihr könnt auch nochmal eine Ziehung, also wenn ihr insgesamt euch hier für acht der Bruchstücke, könnt ihr euch nochmal eine Lootbox kaufen. Aber das geht nur zehnmal. Ja, also das kann man nicht endlich oft machen. Das geht nur zehnmal. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen uns mal ganz kurz welche. Ich habe extra für das Video hier ein klein wenig aufgeladen, jetzt nicht viel. Dass wir das machen, man sieht hier, wenn man das kauft, bekommt man so ein Lichtstück Barren. Den bestätigen wir jetzt. Zack. Und dann machen wir eine Lootbox auf. Und wir ziehen als erstes den Revolver Matrix. So, das war das erste Mal, was wir jetzt bekommen haben. So, eine weitere können wir wieder noch aufmachen. So, zack. Zweite Kiste, die wir ziehen, ist folgendes. Oh, die Urfeuerskin. Oh, jetzt muss ich doch ein Feuerset spielen. Jetzt muss ich doch ein Feuerset spielen. Scheiße. Okay. Ja, vielleicht spiele ich das Feuerset. Auf jeden Fall, ihr seht hier Lichtstück-Item. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass der Counter bis 30 resettet wird. Jetzt fängt die nächste Kiste wieder bei 1 an. Das heißt, wenn ich jetzt die Kiste hier aufmache, würde man im Endeffekt wieder maximal 30 Kisten ziehen, um halt wieder ein Lichtstück-Item zu bekommen. So, eine kann ich noch aufmachen. Vier Kisten hatte ich aufgeladen für 5 Euro. Und die haben wir jetzt, ja, wieder jung. So, haben wir als Setup bekommen. Weil jetzt, ich meine, ich kann mich nicht beschweren bei vier Items. Das war jetzt auf jeden Fall okay. Also, ungefähr so läuft das Ganze ab. Ihr seht, ja, ich habe jetzt hier, es fällt doch dann hier raus. Ihr seht, die Waffe ist jetzt nicht mehr hier drin. Also, die würde ich jetzt nicht mehr ziehen können. Das heißt, die nächsten 30 bekomme ich safe, entweder das, das, das oder das. So, und so könnt ihr das Ganze halt auflernen. Die anderen Sachen hier unten, wie gesagt, die sind komplett random. So, und diese Lichtstück-Relikte bekommt ihr im Endeffekt, wenn man Duplikate zieht. Also nicht von denen, die kann man ja nicht doppelt ziehen, so wie es da steht. Aber diese ganz anderen Sachen könnt ihr halt doppelt ziehen. Und wenn ihr da was zieht, dann bekommt ihr im Endeffekt die Lichtstückformen. Wenn so wird es zumindest gezickt, das ist das Zerlegen von Duplikaten kosmetischer Inhalte. Also heißt, ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, euch halt hier was zu kaufen. Ich würde mir irgendwie gerne, die hätte ich noch gern. Mal gucken. Aber vielleicht ist es ja auch wie bei anderen Sachen, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, ihr müsst nicht alle Kosmetik-Sachen kaufen. Eure Hive-Mitglieder können ja auch Sachen in die Base stellen. Also ich habe jetzt sobald ja auch das Außenpaket hier nicht gekauft, das hier. Aber uns im Hive hat das einer gekauft und der kann mir die ja in die Base stellen. Also vielleicht kann auch einer die Skins für die Lagerkisten, wenn er sie zieht, auf Euro packen. Könnt ihr im Hive ja mal ausprobieren, wenn ihr die, wenn ihr euch vielleicht schon welche bekommen habt. Und ich würde sagen, wir tun mal ganz kurz den Skin für die Waffe ausprobieren. Das müsste ja bei der auch gehen, oder? Nee, bei der geht das. Ah nee, das geht ja nur bei AKMs. Das ist ja keine AKM. Okay, ihr müsst aber darauf achten. Der Bauplan, den ich jetzt gerade bekommen, äh den Skin, den ich gerade bekommen hatte, der ist hier nur für die AKM-Reihe, für die obere. Also Abgrundblick, Crank oder halt für die. Wenn ihr jetzt anguckt, ich habe ja die Crank zum Beispiel oder die Abgrundblick. Die kommen wir uns auch mal ganz kurz an. Ich habe hier im Haus an meiner Wand, glaube ich, auch eine Crank hängen. Da können wir uns die mal angucken. Ja, ich gebe mir mal ganz kurz die, ich würde gerne die Crank hier mitnehmen. Genau, entfernen. So, zack. Wenn wir uns jetzt die hier mal angucken, ich rüste die mal ganz kurz aus, dann sieht man das mal, wie die auch in-game aussehen. So, zack, hier. Und jetzt gehen wir auf Kosmetik-Inhalte, gehen auf Lackierung, wählen die jetzt hier aus, machen Ausrüsten. Und jetzt haben wir im Endeffekt den Skin drauf und der sieht halt dann in-game so aus. Ja, ich habe jetzt noch die Aufsätze, sind jetzt noch nicht drauf, ja. So, sieht das Ganze halt dann aus, wenn ihr diesen Skin auf jeden Fall mit drauf packt. Wie gesagt, hier auch vielleicht nochmal so im Nahen, so, ja. Also so sieht es im Endeffekt dann der Feuerskin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr aus den Lootboxen welche gezogen habt, was ihr hier rausbekommen, würde mich mal mega interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.